Hey, stopp, 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 stopp. Entschuldigung, hast du Bock auf eine Challenge? Dann mache ich dir deine eigene Felge als Uhr und so sieht das Ganze dann aus. Ja, natürlich, cool. Echt? Ja. Okay, perfekt, dann zeige ich dir jetzt drei Autos. Und wenn du eins der drei errätst, dann mache ich dir deine eigene Felge als Uhr. Okay, ich versuche es. Jetzt bin ich gespannt, Leute. So, also das hier ist das erste Auto. Was ist das für einer? Audi RS6. Ah, nicht ganz. Aber versuchen wir uns mit dem zweiten. Lamborghini, Urbos. Nicht ganz. Okay, warte, wir machen noch einen. Versuch uns mit dem dritten. Ah, Porsche auf jeden Fall. Brauchst du richtig, ja? Einen Boxster. Nee, kein Boxster. Sorry. Alles gut, aber okay, wir machen es so. Richtig geiles Auto. Wenn du uns folgst, dann mache ich dir trotzdem deine eigene Felge als Uhr. Folgst du das Löwstelement? Ich folge euch, ja. Echt? Ja, ja, wirklich. Okay, jetzt sag mal bitte. Oha, Leute, schaut mal, ihr folgt uns wirklich. Perfekt, dann mache ich mir jetzt noch ein Bild von deinen Felgen. Und dann kommst du das an bei uns vorbei und dann kriegst du deine eigene Felge als Uhr. Egal. Hey, Servus, hast du gut hergefunden? Natürlich. Perfekt, dann deine Uhr ist fertig. Willst du dich direkt anschauen vor der Felge? Ja, klar. Okay, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Perfekt, dann hier, bitteschön. Genau wie das Original. Schwarz, genau die gleiche Form. Perfekt, dann viel Spaß damit und vielen Dank, dass du uns folgst.